Es ist jetzt so, dass Gommel nur noch auf der Version 1.8 verfügbar ist. Hey Leute, ich bin's wieder und willkommen zu einer weiteren Folge Badwars. Und zwar zocken wir jetzt mal auf der Map Aridia. Das ist eine 5x4er Map, oder? Kann das sein? Ja, okay. Doch, eine 5x4er Map. Hier ist Bondiizen. Ich habe schon mal gleich eins gesnackt. Und ja Freunde, heute gibt es mal wieder so ein Update. Mit etwas größer. Und zwar ist es jetzt kein Update, wo ein Feature dazu gekommen ist. Ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen oder auch selber gesehen. Es ist jetzt so, dass Gommel nur noch auf der Version 1.8 verfügbar ist. Dazu gibt es auch meine Meinung. Ihr könnt gerne auch, würde mich echt interessieren, was ihr dazu haltet. Da ich schon so ein paar Flames gelesen habe, in die Kommentare schreiben. Und der baut sich auch schon direkt drüber. Das ist doch sehr schön. Dann, okay, da snackt sich gerade ein bisschen Eisen. Dann hole ich mir nochmal eine kleine Rüstung. Und dann geht es auch schon direkt los. In die Mitte. Und ja Freunde, jetzt ist der Server nur noch auf der 1.8 verfügbar. Es gab ja auch schon andere Server wie Playminity. Klar ist jetzt ein etwas kleinerer Server, da macht es nicht so viel aus. Oder Team Molia zum Beispiel. Die waren ja auch schon vorher only 1.8. Und ich weiß gar nicht. Okay, ich bin Team Rot. Alles klar. Der hat auch nur eine Hand. Dann kann ich gleich mal auf Team Blau oder so gehen. Okay, der hat Blöcke. Da ist Team Grün. Die bauen sich jetzt erst drüber. Und dann kann ich... Okay, direkt mal auf den gehen. Ja, was halte ich dazu? Ich spiele ja eh nur auf der 1.8. Und das denkt einfach, dass es mich jetzt gar nicht interessiert. Klar, man kann jetzt sagen, also zumindest bei mir jetzt so, weil ich ja nie dann so die 1.7 noch weitergespielt habe, als es eigentlich nur die 1.8 rausgekommen ist, dass es mich jetzt eigentlich gar nicht stört, dass er only 1.8 ist. Das ist sogar so ein kleiner Vorteil, weil jetzt halt alles gleichgestellt ist. Zum Beispiel jetzt halt auch mit dem Blockhitten. Ich weiß, dass man in der 1.8 auch Blockhitten konnte, aber es war halt irgendwie was anderes. Es hat anders ausgesehen. Da hat man ein anderes Gefühl gehabt. Ihr wisst schon, was ich meine. Und jetzt haben wir schon mal ein Bett draußen. Gekillt haben wir die leider nicht. Und ja, das ist auf jeden Fall so meine Meinung dazu. Ich finde es ganz okay. Also mir macht es auf jeden Fall nichts aus. Klar, jetzt ist halt jeder wirklich... Und ich hoffe, mein Bett wird nicht abgebaut. Nee. Ich hoffe halt, dass die Lacks dann irgendwann noch weggehen in der 1.8, bevor die 1.9 rauskommt. Weil jetzt hat halt jeder die Lacks im Deathmatch, in bestimmten Deathmatches zum Beispiel, oder auf bestimmten Maps, wie zum Beispiel auch auf Crystal, 8x1 und so weiter. Der gibt es halt so. Und das ist ja ein anderer. Ich habe mir das gerade gar nicht aufgefallen. Und den haben wir draußen. Sehr schön. 3 und 4 Gold. Und ja klar, die Lacks halt nerven in 1.8. Es gibt viele Sachen, die in 1.8 nicht cool sind. Und da ist nur noch einer. Ich glaube, das schafft den, oder? Ich gehe mal mit, vorsichtshalber. Und renne hier irgendwo hin. Da ist auch noch ein grüner. Dann gehe ich mal auf das Team Grün. Und ja Freunde, 1.7 kann man jetzt nicht mehr zocken. Auch zu 1.9 gibt es was Kleines. Und zwar wird da natürlich, da haben sich auch viele beschwert, ja okay, jetzt ist das aber schon auf der 1.8. Und was wird jetzt mit der 1.9 sein? Bitte, ja, aktualisiert doch bitte nicht auf die 1.9. Und da sind die Gelben bei Team Blau. What the fuck? Ich weiß nicht warum. Team Blau ist ja schon draußen. Okay, dann gehe ich jetzt mal auf... Ach, Team... Warte mal, es sind alle... Wir sind ja in Team Rot. Und ach, okay. Da in Gelb leben noch... Okay, auch ein paar. Da gehe ich jetzt einfach mal zu denen hin. Stimmt, die kann ich ausschalten. Und auf die 1.9 wird natürlich auch geupdatet. Allerdings wird es halt mit dem Cooldown so gemacht, dass halt da die Leute zufrieden sind. Und es wird jetzt nicht so sein, Freunde. Keine Angst, dass irgendwie man einen Cooldown hat. Da jetzt... Und komm schon. Okay, nice. Vielleicht bekomme ich alle. Jawohl, sehr schön. Da jetzt ein paar Sekunden geht, bis man überhaupt erst schlagen kann. Das natürlich nicht. Also, die achten da schon drauf, dass alle zufrieden sind, Freunde. Und klar, jetzt wird halt endlich mal auf die 1.8 geupdatet. Wurde halt mal ein bisschen Zeit. Ich finde es nicht schlimm. Und ja, jetzt kurz nochmal hier ausrüsten. Und dann geht es auch schon los. So, ich habe mir jetzt eher aus den 5 eine Spitzsack und einen Bogen geholt. Lohnt sich eigentlich mehr. Und so, noch ein bisschen essen. Ja, das war's. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Jetzt zum grünen Team, würde ich sagen. Ja, da ist jetzt nur noch... Okay, das Bett. Und sonst sind alle anderen draußen. Das ist doch schon mal eine sehr schöne Runde. Unser Team ist echt gut. Und... So, das Team... Team Grün ist da vorne. Mal schauen, wo ich das jetzt auch direkt bekommen kann. Klar, bei der Base spawnt auch Gold. Da ist es nur nicht so heftig. Und der hat keine Rüstung. Was? Da rusht einer. Nein, da hat jetzt auch Gold mit dabei, locker. Da rusht einer in die Mitte. So, einen habe ich mit dem Bogen. So. Sehr schön. Das ist echt schon weit weg. Wenn jetzt die anderen kommen würden. Ja, das ist natürlich auch optimal. Und... Nein, verdammt. Da trifft mich natürlich. Ähm... Ganz kurz. Ähm... So. Ich baue mich hier erstmal ein bisschen ein und warte auf meine Teammates. Dann müssen wir das doch auch noch schaffen, Freunde. Okay. Komm, komm, komm. Hier erstmal so ein bisschen, dass man nicht runterfliegen kann. Eigentlich hätte ich das weitermachen sollen. Oh. Da kommt einer. Mit ein bisschen der Crip. Und den habe ich auch getötet. Sehr schön. So, jetzt müssen wir halt nur noch schauen. Okay. Gut. Vielleicht ein bisschen weiter nach hinten das Ganze hier. Ein bisschen höher. So. Was wir jetzt machen. Okay. Ich gehe da direkt drüber. Vielleicht ruschen. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Okay. Der versucht zu ruschen. Deine ist, glaube ich, gespawnt, oder? Und... Ja. Komm, komm, komm. Lol. Was war denn das für ein Bug? Und jetzt leben nur noch drei. Der ist irgendwie geläftet. Oder hat ein Problem mit seinem Internet gehabt. Und... Komm, komm, komm. Das Bett abbauen. Was? Das ist ja ein grüner. Was? Oh. Töte ihn. Oh, Mann. Der Rot hat auf mich geschlagen. Was macht denn der? Bitteschön. Oh, Leute. Und das Bett ist natürlich down. Sehr schön. Und... Jetzt... Ja, komm. Hier nochmal schnell rüber rushen. Mal schauen, ob da noch ein paar am Leben sind. Okay, anscheinend sind noch zwei da, die es überlebt haben. Sind jetzt schon alle gestorben. Keine Ahnung. Okay. So. Auf jeden Fall sind hier ein paar rote. Ich komme jetzt natürlich nicht rüber. Oh, weil ich keine Blöcke habe. Das ist nicht so gut. Und hier spawnt auch kein Gold. Okay. Ich gehe mal kurz zum Game Team und hole mir noch ein paar Blöcke. Und ich weiß jetzt nicht, was die da hinten machen. Oder was die zwei Spieler machen. Und... What the fuck? Alter. Es hat... Alter. Habt ihr das gesehen? Es hat auf einmal richtig geleckt. Und... Nice. Die Runde ist vorbei. Sehr schön. Fickelz. Ähm... Zerstört und retten eins. Und wir haben gewonnen. Sehr schön. War auf jeden Fall eine coole Runde. Falls es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Und... Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein. Und ciao.